Ja, bei mir, bei mir Grad eine Minute war ich nur in der Luft, obwohl er anscheinend schon gelandet ist, ey Ohne Witz, wir sind mit dem Salto durch 3 Häuser durchgefluft Eist du bei einem ATM vorbei? Ja, ein neues große Schadlingwein Mach mal dein Haus auf, bitte Dann jetzt hier, wo der andere liegt Ja genau Hab ich auch alle noch einen? Ja, ich auch Ich bin zu rückwärts Nein, bleib mal locker jetzt Ist leck Ich versuch auch grad Waffen zu nehmen So, ich bin jetzt in der Straße rein Da müsste gleich irgendwie noch eine Heli stehen und alles Einfach durchfahren Ich warte, wo ist die Scheiß Heli? 96 Spieler, das leckert das Todes ist ja, man kann ja nicht verarbeiten Heller, die Katzen hier was nicht über... Bist du denn? Noll, bei mir... Ey, noll, wo ist der Heli? Noll, der ist nie mehr Ey, du bist die Straße gar nicht reingefahren, oder? Ich bin in der Straße, ne? Mein Gott Jungs, jetzt bleib mal locker, es leckt halt Jetzt wär... Bist du denn hier... Bist du denn hier... Drama drummach Ich hieb nur noch einen Desing kommentieren bitte Ich wette, wie da passiert sofort immer das Alter Der Server ist ja so hart am Abschweren Ich so Alter, einfach mal permanent die gelbe Kette Ich hab... ja, der kackt sich sofort ab Der kackt sich sofort ab Der kackt sich komplett ab Ja, jede Sekunde wette Ja, dann tut die illegalen Waffen wieder rein Guck mal, da wohnt schon so viele... Da wohnt schon so viel... ähm... sind schon... Also, der hat gekickt Bin sie also... runtergeworfen Egal, und ich höre einfach viele Helikopter, die in der Luft fliegen Ja, ich auch Bei mir läuft... äh... der eine Helikopter Kann die Waffen noch rein? Nein, 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 nein Jürgen Oh nein, ich wurde entfernt Ich auch Ich noch nicht Ich auch nicht Ich auch nicht Ich wurde entfernt Ich auch noch nicht Ich bin auch noch nicht Jetzt hab ich meine MK8 sind verloren Ich sag doch schnell die illegalen Waffen rein Ja, das ging aber dann nicht mehr War abzusehen Äh, wenn... äh... Wenn du die vor kurzem erst rausgenommen hattest, wird's dir nicht gespeichert Weil das... Bei mir hat der 2x 616er-Fing Bei mir 3x0, bei mir 76er Ey, wer ist auch noch drauf? Wer ist noch drauf? Ich... Boah, der hat mal eben... Jetzt, jetzt geht's wieder Alter... Alle fliegen... 20 Spieler sind schwer 30 Spieler sind runter 40 Alter, Junge, da steht noch viel oben Alter, Junge, da steht noch viel oben Alter, Junge, da steht noch viel oben Alle... Alle werden gerade gekickt Jetzt fängt er sich wieder Boah... Neu Pornbild Ja, okay, ich bin... Alter, ich bin noch... Ich bin auch gestorben Ich bin auch gestorben Nicht wo... Ich bin irgendwie gar nicht Naja Uuuuuh, wie geil! Kein Bock mehr, nicht mehr los! Wir haben den Rappen nicht da, schlechte. Alter, die gleiche sind. Okay, es ist null Spieler! Echt? Danke! Genau. Wir können ja alle... Wir können doch alle... Alle riechen! Alle riechen! Ja, dann lassen wir sie uns vor. Ja, und wir haben uns nicht mehr so klein. Nein! Bei 6 ist es gut, oder? Ja, aber... Jan! Ja, Jan! Oh, scheiße, ich bin Nummer 1! Oh, scheiße, ich bin Nummer 1! Alter, okay! Ich glaube, die fliegel war schon da vorne! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Das ist doch so mega! Scheiße! Ich dachte, ich fliegel wieder meine scheiß Bambusleitung. Verbindung abgebrochen! Das wird noch ein bisschen dauern jetzt. Ja, glaube ich auch. Ich bin schon wieder drauf. Ja, schau. Boah, wie wir Fahrzeug... Alle gleich sofort wieder spawnen scheiße! Alter, wer jetzt am Farmen war und kurz vor dem Baustoff in der war! Guck mal, die Insel wieder vollgelegt! Boah, aber jetzt... Alter, kurz vor dem Baustoff in der war, das kommt mir jetzt so leid! Äh, nein, voll geil! Du hast Dietrich, brech das auf! Ja! Das wäre einfach... ...die ganz Fahrzeuge wohl noch in der Dings gespeichert, wenn Cera restart ist, oder? Oh, ich glaube meine ganzen Sachen sind weg, ne? Oh, toll! Ich fühle mein Gott, aber... Ach, was hast du für eine Waffe in der... Ist es eine MK... Ne... Ist es eine MK14? Ach, bist du das hier? Ich spore jetzt einfach mal Latera! Ja, sag ich mal Mokifu mitnehmen, Mokifu? Ja, und... Also jetzt ist noch eine MK18 weg jetzt leider... Aber ähm... Ne, warte, die... Hast du noch eine in der Aktion? Ne, leider nicht! Hier, Schwarzmauer brauchst du zutellig irgendwie... Ja, warte, 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 warte! Kannst du auch ein RTO mitnehmen? Nö, hab ich ja Lust! Ja, kann ich machen! Hast du auch nie, ne? Ähm, wir gucken! Ein RTO hab ich! Für mich brauchst du nur ein RTO mitbringen! Nein, ne, hab ich nicht! Also, bislang läuft das flüssig! Boah, ich bin nackig! Aber scheiße! Wobei ich was wir jetzt schnell machen müsste, wenn die gerade alle neu joinen, einfach schnell zu Bank und anfangen, hast die ersten fünf Minuten geschenkt! Ich so, gell! Ist ernsthaft so! Ich mein, das müssen wir nicht machen, ne? Aber trotzdem, das ist echt geschenkt! Mann, ich hab kein Video gemacht! So'n Scheiß! Na, wenn wir F nicht fertig machen, machen wir halt nicht anfangen! Hör doch Alt-F10! Hä? Mach doch, ähm, ähm, Vergangenheit, die Aufnahme! Alt-F10! Ähm, will Rebellenposten Süd jetzt noch ein...